So und weiter geht's. Immer noch in den Katakomben. Immer noch diese Pisskeletten. Und hier runter. Hier runter. Ja, langsam. Vorsichtig, langsam. Vorsichtig. Menschlich, geil. Menschlich. Krieger. What's the shit? Impossible. Ich glaube, den Teil hat ich das letzte Mal geskippt, weil ich am Anfang einen Abgang runter gemacht habe. So. So. Ist alles für eine Kriegersäle. So. Weiter runter. Weiter runter. Weiter runter. Weiter runter. Jo. Entschuldigung. So ist er halt. Ah! Ich habe Angst. Spring! Ah! Ich mag solche Sachen nicht. Jetzt halt dich. Also, wo muss ich hin? Vorsichtig drauf landen. Ja, da. Ja. Also, da oder direkt da unten schon, wo die Leitung ist. Ja, lauf einfach auf diesen Knobelstein zu. Nicht rollen, laufen. Schaffst du schon. Ich drück dir alle Daumen, die ich habe. Ich bin dann auf die... What the shit? Ja, ich würde sagen, dann können wir den lustigen Weg nochmal machen. Woho! Ach, ohne Spaß. Ich breche schon mal. Äh, den Charakter. Den wir stehen haben. Ich versuche jetzt einfach mal dezent ein paar Mobs zu ignorieren. Ja. Ach, ach ja. Weg, den ihr alle so gut kennt und liebt. Wee! Suicide Action! What the shit? Okay. So. 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 jetzt. So. 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 Let's know. Oh, der war schon tot. Dann war das ja schon fast gar nicht unnötig. Ich glaube, das ist nie unnötig. Der Skelett rollt sich wieder gegen... was auch immer gegen. Jetzt kommen wir das nochmal ein paar mal in den Boden. Kacke. Oh, der lebt noch. Ich bin fast in Estusverkorn geschluckt, weil ich dachte, der wäre tot. So, der wäre auch weg. Das ist shit. Ja, ich habe den einen noch weggeholt und dann den anderen... Da hat mich der Mongo geparriht. Oh, Junge. Jedes Mal... Ich hasse es, an so engen Stellen zu kämpfen. So, dann macht wieder einer einen Abgang. So, Kevin, möchtest du das übernehmen? Ich möchte nicht mehr. Dankeschön. Ah. First try, motherfucker. Ich bin nicht gut in sowas. Nicht mit dem Controller. Und jetzt? Ich bin nicht. Cthulhu. Ich habe Angst. Es redet mit mir, wo es keine Stimmbänder mehr hat. Das Spiel entzieht sich jeder Logik. Nein, 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 rede mit dem. Das ist ein Schmied? Das ist ein Schmied? Aus- und zum Umwandeln. Zwei Hände, zwei Hände. Okay. Wir brauchen noch nicht. Aber für Verstärken kann man jetzt hier... Ja, perfekt. Cooine Scherbe. Haben wir leider keine. Und jetzt... Ja, aber Homeward bauen wir dazu. Bitteschön. Start. Gegenständer. Hinker. Knappe. Draußen sind Viecher, die willst'n nicht kennenlernen. Na, und jetzt gehst du. Bleib mal ja, und streck's Level. Zwei. Ähm, Kondition. Verdammt. Wir wollen ja erstmal die Vitalität auf 20.10. Ja, ich weiß. Du wolltest. Ja, du wolltest. Ja, du wolltest. Kondition. Du wolltest. Gebrachten Kriegerseelen 2000? Ja, taten sie. Und dann kann ich sogar noch ein Level noch mehr aufsteigen. So. Verdammt. Zum Glück hab ich ja noch eine Seele. Eine Soldatenseele. 1000. Die Vitalität hätten wir dann mit fast auf 20. Äh, hier hoch ging's wieder raus, ne? Genau. Ich brenne, aua. Ich brenne, aua. Au. Oh, ich brenne. Nein. Brennen macht das... ...noch was? Die Brennen zieht der ursprünglichen... Shit. Verzauberung der Waffe, äh, ab. Das heißt, die Waffe skaliert nicht mehr mit Stats, sondern nur noch mit sich selber. Aber davor ist es der richtige Weg. Die Waffe, äh, ab. Das ist der richtige Weg. Oh no! Ich mag die Dinger nicht, die explodieren. Die Namen angehen, dann geh weg. Schwierig, wenn man so ein bisschen Gingskletterpfeil ist. Gesundheit. Keine Scheiße. Ich will nicht mehr. Ich hasse diese Höhle, ich will hier raus. Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr unser Anti-Crip gefunden, wenn wir heute im Spiel durch sind. 25 Vitalität, 50 Ausdauer, 30 Stärken. Muss man in die Höhle im Endgame nochmal rein, weil ich habe das Spiel selber noch nicht durch. Mein Kollege hier schon. Zweimal. Zweimal? Warum? Ich spreche aus Erfahrung. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass Nito da irgendwo sitzt. Ja, Nito sitzt da unten und davor ist noch ein Buster als Pinwheel. So gehe ich hier oben lang, egal, oder? Rom, Rom, Rom! Ich bin Framf, die behinderte Schlange, aber nicht nach Geräuschen. So. Jetzt. Der Shortcut. Genau. Wollen wir ihn umbringen? Bitte. Anvisieren kann ich ihn noch nicht. Mache erst zweihändigen jetzt. Vielleicht macht er ja wieder einen Abgang. Ein blitz стоimulärer. Das ist ein Charakter. Ich möchte er nicht auf dem Hammer auf reduzieren. Aber ich werde nicht umgehen, wenn ich mein Herz aufweiten kann. Und wenn es unser Geist ist, wird das alles. Dann geht es! »Mache, Rapparierterin«, pass auf! »Mache, Rapparierterin, 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 Rapparierterin. So ein... Ich pariere... Ich mach dich gar nicht. Ich hab keine Lust mehr. Ja, scheiße. Ich hab keine Lust mehr. menschlichkeit und schutzringen der gunst ist ja gut stärkt p aus der last bricht bei entfernung wenn man die entfernt wird man wahrscheinlich nicht mehr brauchen ich glaube wir haben ein bisschen das letzte zu bekommen sieht auf jeden fall so aus ich würde sagen dann mache ich hier mal einen cut und dann geht es da gleich weiter indem wir einen schott in die stadt suchen ja bis zum nächsten mal schalte wieder ein